Servus Leute, willkommen zurück zu Banjo-Kazooie im Gruntys Revenge. Ja, ich weiß nicht mehr was wir zuletzt gemacht haben. Es ist jetzt 7.16 Uhr morgens, eigentlich werde ich ja jetzt arbeiten, aber heute morgen geht es mir echt scheiße. Mir geht es immer noch nicht so toll. Mir geht es immer noch nicht so gut. Ich habe jetzt eines der wenigen Medikamente genommen, die ich aufnehmen darf, nämlich so Kreislauf-Tabletten. Wenn ich die nehme, dann bin ich kurz vorm Kotzen, aber sie helfen auch echt schnell, denn sonst wäre ich jetzt nicht in der Nage aufzunehmen. Ich habe auch versucht, logischerweise die Firma zu kontaktieren, aber das hat erstmal gedauert, weil es irgendwie nicht, ja, weiß ich nicht, hat sich zwar schon gemeldet, aber irgendwie hatte der Chef nie besonders Zeit sich mir anzunehmen, sage ich mal. Und jetzt endlich hätte ich die Chance gehabt, aber er, Zitat, er will nicht mit mir reden, er ist von mir angepisst. Das hat meine Kollegin gesagt und da denke ich mir auch so, ja, wozu tue ich mir dann den ganzen Stress an. Naja, so viel dazu ist zwar blöd, aber das heißt, es ist immer mehr. Deswegen sitze ich jetzt hier und nehme auf, deswegen. So. Wenn es nach mir ginge, wäre ich zwar unbedingt gern arbeiten gegangen, aber... Hallo? Achso. Ich hoffe, ich habe genug Noten, dass ich nicht mehr kraftvolle Attacken lernen kann. Und das ist die Sache, wenn du den, wenn du deinen freund da bist. Oh mein Gott. Achso, ähm. Ratatatrap. Drücke A in, in de... Achso, in der Luft und dann B. Was das jetzt? Achso. Was? 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 So. Ich bin dumm. Danke. Habe ich gebraucht. Du da. Es tut mir leid. Ich bin ein Grundling heute. Na, wie denkst du wohl über Grundes neue Monster? Ich bin dumm. Das sieht so aus, als müssen wir ihm noch Disziplin beibringen. Er geht zum Center, zum Trainingsareal. Und, äh, ja, zu den anderen Kandidaten. Los, geil, dich. Ob, ob, ob. ... Achso. Achso. Da waren aber zwei zusätzliche Farben. Komm her. Nein. Du Hund. Ich weiß schon, wo er auf dieser Level ausbaut. Habe ich jetzt bis jetzt eigentlich 100%? Ja. Nein. Ich glaube, hier kann ich mich wieder an was verwandeln. So, jetzt bin ich da wieder. Was sagst du mir? Gar nichts. Also, ich merke schon, dass ich ein bisschen wortkarg bin. Ähm... Eben weil... Nein. Eben weil auch... Eben weil es mir auch nicht... so besonders... geht. Was? Achso, ähm... Giftgas. Ich glaube, hier sollte ich abhauen. Das war trotzdem blöd. Also, das mit der Übelkeit ist blöd, meine ich. Weil da rufe ich schon extra an und... Ich bin ja auch nicht gegen Krankheiten gewappnet. Also, ich erst recht nicht. Dann braucht der Chef mich nicht gleich so zur Sau machen. So, oh, haha, ich werde dir jetzt noch ein schlechtes Gewissen einreden. Dumm einfach. Oh... Ey, Junge, die... Willst du, äh... Irgendwas leichtes bekommen? Natürlich! Was soll ich tun? Zwei Fische? Also, ich muss zwölf Fische holen. Okay. Nicht den. Nicht den. Verdammt. Was? Danke. Hm, gut. Hier, ähm... Das Teil. Das Teil vor allem. Da oben will ich hin. Da oben will ich hin. Ach so, das habe ich auch noch. Genau. Ähm... Ne, danke. Ah! Toll. Moment. Nur eine Energie will ich da gar nicht hin. Danke. So. Also, das ist ein Freund. Dummwatz. Oh. Hier ist nix. Ich muss hier rein. Aber ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Muss ich hier doch durch diesen Giftgasnebel durch. Nein, nein. Oh. Hmm. Ich muss hier raus. Oh, das ist schon so. Ich muss hier raus. Oh, nein! Oh, nein. Was? Ich mache fast Instant Kill So Das war gut Moment Moment Jetzt Ich habe mir was Es geht weiter Nee Safe Oder eine Tür Das Teil bewahre ich mir auf Oh Mumbo Oh Mumbo Oh 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 Warum hast du aber Pelze da liegen bei dir? Also Und Das sind einiges sachen sind hier schon eingebaut, die es weder in Banjo-Kazooie noch in Banjo-Tooie gibt. Nein! Ich werde sterben. Wow, gut. Na toll, das Teil ist weg. Hm. Irgendwann kommt das immer wieder. Es gibt doch nicht immer was. Ich glaube, das sollte jetzt reichen, um zurückzukommen. Da oben ist auch aber ein Weg. Mann, versehen. Oh, hier bin ich. Das ist fair. Nein! Ach so. Wie ging das? So, genau. Ich bin ein Idiot. Ah. Warum ist der Wolf das so dumm? Danke. Gut doch. Ja, das packe ich. Oh, gut doch noch. Ich habe Klungro sagen gehört. Entschuldigung. Ich brauche da einen Tank, um weiterzukommen. Weißt du, was ich meine? Nein, nein, weiß ich nicht. Na gut, da kann ich wenigstens da am Anfang weiterkommen, weil ich dumm war. Ich habe den Huckepack-Lauf ganz vergessen. Die ist zwei, nein, nein. verdammt. Verdammt. Na egal. Da unten ist was. Ne? So. Und jetzt bin ich wo? Das ist verlierend für mich. Nein, jetzt bin ich da. Verdammt. Ich hätte auch den Weg abkürzen können nicht voll. Held. Ich kann mich da hoch. Du bist ein Spast. Du bist ebenfalls ein Spast. Du bist ein Spast. Du bist ein Spast. Du bist ein Spast. Du bist ein Spast. Oh. So. Da gehts auch noch lang. Das war einfach irgendwie Ich bräuchte Lebensenergie. Was ist denn das da? Das ist ja richtig und dann... Ich habe ihn nicht verstanden. Ich habe ihn nicht verstanden. Ich habe nicht mitgezählt. Oh. Ach so. Geil. Na? So. Oh. Krasse Eier. Draußen fährt gerade eine Schneemaschine rum. Wundert euch nicht. So. Eigentlich erreiche ich eigentlich viel in meiner Kommentarweise, das gerade auch zu wünschen. So. So. Du Hund. Ah. Ah. Falsch. Easy. Glogos. Haffiness. Was? Äh. Sumpfwasser. Und Verwandbarkeit. Ne. Hey. Invisible heißt. Unsichtbar. Oh. I can't do not be happy if Poison are in the work. I need to go to dry. Ahaha. Benchawa hat Klunkos plan. Now Klunko playhide Smash with Bear and Bird. Ich dich nicht sehe, ist klar. Da ist er. Zu spät. Ich dummer Hund. Nein! So, mach nochmal. So. Nein, Klumbo ist besiegt und so. Ihr wisst Bescheid. Klumbo ist deprimiert. Klumbo will mit Barbies spielen. Ah, das Tote. Stimmt. Da, da. Achso, die sind ja auch höher da. Eintreff und ich bin Geschichte. Witzel. Wahrscheinlich würde ich sterben bis ich da bin. Nein. Nein. Hä? Egal. Neues Gebiet hier. Alles. Achso. Hau ab. Ja, danke. Komm, ist ein Aufzug jetzt. Ja, ich mache etwas länger. Ist mir egal. Ich dachte, ich kann darüber balancieren. Okay, das geht auf jeden Fall. Ich guck mich nur noch in den Raum und das war's dann. Oh, die Eier resetten wieder einfach so. Okay. Und der Gegner natürlich auch. Nein. Ach, gerade noch. Bin ich dumm. Ah. Tut mir leid, Leute. Auch für meine Stimmung gerade. Also, nicht nur, dass es mir, ja gut, bisschen besser als heute Morgen geht's mir schon, aber es geht mir trotzdem noch nicht so perfekt gut. Aber trotzdem. Dass der Chef gleich so eine blöde Meldung schieben muss, das ist das, was mich aufregt. Ich weiß, jetzt kommen so Kommentare wie, ja, Wolf, lass dich davon nicht unterkriegen. Das weiß ich auch, aber... Was soll ich ihm machen? Wenn ich krank bin, bin ich nun mal krank. Braucht der sich nicht aufregen, dass... Ja, äh, ich hab keine Lust mit dem Wolf zu reden. Also, er hat nicht Wolf gesagt, er hat schon meinen Namen gesagt, aber... Mist Bescheid. Ich will doch nur noch den einen Raum hier machen. Jetzt... Nein. Oh, danke, danke, danke. Jetzt bleib ich rumstehen. Ja. Danke. Ich mein doch noch was erreicht, aber wozu ist das da gut? Versteh ich nicht. Na, wir haben das Totem, das heißt... Wow. War Mumbo hier irgendwo in der Nähe? Nee, oder? Ja. Ja, ich hab gesagt, ich mach nur den Raum, aber ich will jetzt... Bin jetzt doch neugierig. Mumbo... Oder machen wir so lange bis ich sterbe. Das kann auch sein. Da komm ich nicht hoch. Ich geh gleich hier runter. Hm, hab ich gespeichert? Ich speichere. Gut, dann würde ich sagen, das war Banjo-Kazooie, Grund ist für Ranch. War ein bisschen länger, aber egal. Ähm, sorry nochmal für meine Laune und für meine Gesundheit, aber dagegen kann ich nur mal nix machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.